Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem äußerst, äußerst kurzen Online-Battle heute. Und zwar habt ihr schon ewig danach gebattelt, wieder eine Seeschlacht zu haben. Gebattelt nicht, ich habe euch gewünscht. Und ich habe immer gesagt, ja, ich habe Bock drauf, ja, ich habe Bock drauf, aber getan habe ich es nie. Jetzt habe ich es getan im Stream vom Montag, letzte Woche. Und hier seht ihr das Resultat, wo ich gegen The Mistokles gespielt habe und ich habe in der Armee gespielt, wo ich so ein Foto gespielt habe, die ich so eigentlich nicht spielen würde. Aber ich dachte mir, ich spiele immer mit Arty, das muss doch auch ohne funktionieren. Also habe ich jetzt keine mit dabei und habe mir auf schwere Schiffe stattdessen gesetzt. Ich habe trotzdem noch meinen leichte Schiffe-Vorteil, möchte ich mal erwähnen, ja. So, ich habe mit dabei insgesamt 1, 2, 3, 4 mal Feuertopfdiären auf meiner linken Flanke und 3 mal Angriffsdiären. Alles mit Torius-Spiele, die halt auch Spiere schmeißen können, was arg böse ist. Dann habe ich in der Linie 2 mal Angriffs-Tetriären auf jeder Seite, 1 mal 2 mal Hexieren, eine Turmhexierung, eine gewöhnliche Hexieren von den Pontischen Schwertkämpfern und 2 mal Turm-Pentären, der... Ja, die sind doch, die haben unterschiedliche Größe. Ich habe gedacht, die sind gleich ungefähr, aber die haben doch einen Unterschied. 2 Turm-Pentären mit Bogenschützen drauf, östliche Bogenschützen, auch wie wir gemerkt. Auf meiner rechten Flagge noch 2 mal Angriffs-Tetriären mit Torius-Sperren und 1, 2, 3, 4, 5 mal Überfall-Hemolien mit östlichen Sperrträgern. Warum habe ich mich denn dafür entschieden, so viel Sperrwaffe mitzunehmen? Ganz einfach, bevor ich überhaupt irgendwas ramme, schießen die wie Sau. Und wenn die alle schmeißen von allen Seiten, dann können manche Schiffe sogar zerstört werden, einfach weil die fliehen, weil sie keine Soldaten mehr haben. Und das war mir wichtig, dass ich damit halt ein bisschen was reißen kann. Vor allem später, wenn die ersten Schiffe besiegt sind, ich komme zum Support in die Mitte mit rein, ist es dann doch ziemlich hilfreich. Ich habe auch deswegen die Hemolien mitgenommen mit östlichen Sperrträgern, weil die halt einen unheimlich guten Geschossschaden haben, ist nochmal eine gute Erweiterung. Und weil die im Endeffekt mehr Männer auf dem Schiff haben, als die Angriffs-Triären. Was hat denn der gute Themistocles mit dabei? Auf jeder Flanke, glaube ich, oder? Ja, auf jeder Flanke hat er zweimal Angriffs-Biremen der Hastati. Hat dann auf jeder Flanke einmal eine Angriffs-Hexareme, Triarii, eine davon ist auch ein Gen, eine ist eine Turm-Hexareme, wie ich gerade sehe. Die andere nicht, okay. Dann hat er Angriffs-Quadrim vier Stück mit dabei, Hemolien-Leves eins, zwei, drei, vier, fünf, sechsmal, also als Fernkämpfer dahinter eigentlich gar nicht so blöd. Und hat da noch mit dabei eins, zwei, drei, viermal leichte Artillerie-Quinkel-Rämen. Also er hat halt eher so eine Taktik von mir gespielt, die ihm doch ordentlich wehtun kann. Sie schlachten können bekanntlich immer sehr schnell vorbei sein, wie auch diese hier mit nur zwei Minuten Laufdauer. So, ich schicke meine schweren Schiffe natürlich in der Linie nach vorne durch. Ich habe halt den schwersten Kern in der Mitte, während er die Turm-Hexaremen auf der Flanke hat, was für meine Quad-Rämen ein bisschen scheiße ist. Ich habe so eine extreme Überzahl mit den leichten Schiffen, die ich jetzt einsetzen möchte, um seine B-Rämen auszuschalten, nach die Hexaremen und auch seiner Artillerie vor all dem. Deswegen geht es jetzt da los. Hier drüben ist Tatsache, ein Schiff gerade frei, deswegen schicke ich es hier rein und lasse hier den Jell einfach offen. Er schießt mit Feuerbeschuss. Meine Empfehlung für euch, tu das nicht. Benutzt gewöhnlichen Beschuss. Warum? Feuerbeschuss trifft seltener. Wenn sie treffen, tut es weh, wie wir hier sehen können. Ja, aber Feuerschaden 6, was ist denn das? Das bringt ja nichts, da kann ich mir mit Feuerpfeilen schießen oder so. Naja. Hier geht es jetzt auch los. Hier geht es gleich in Charge, auch auf der Seite. Meine Plankler hier schicke ich ein bisschen zurück, um als Backup zu helfen. Zack. Und ein schöner Charge rein hier. Wie ihr sehen könnt, hier das Schiff ist fast down. Ach, Familie fast down. Upsi. Aber seien es auch fast. So. Hier kommt ein Charge nach dem anderen. Hier hat jetzt meine Diere gerammt, das tut halt richtig weh. Aber zack, jetzt setze ich hier einen Charge an, auf die Hexareme, das tut auch weh. Also, er macht halt dann doch ziemliche Verluste. Ich gehe mal hier auf Zeitlupe. Hier habe ich auch überall schon gerammt, deswegen sind seine Schiffe schon ordentlich durch. Und die, wie soll ich sagen, Feuertopfdieren machen halt ordentlich Damage, wenn sie halt mit den Töpfen irgendwo gegenhauen. Auch hier ist schon ziemlich angehauen. Die Atomhexareme hat hier einen guten Job gemacht. Die Angriffsquadreme hat schon mittlerweile Feuerschaden 103. Diese Türme machen da echt eine Menge aus. Möchte ich mal, wir sehen es jetzt hier auch schon. Feuerschaden 23. Zack, zack. Das geht weiter. 47 mittlerweile, ja, und das nach so kurzer Zeit. Da sind diese Turmschiffe echt böse. Hier kommt ein Beschuss weiter, das Schiff wird gleich untergehen, hat noch 75%, also hat 75% schon Schaden. Hier drüben hat er jetzt von mir eine Diere versenkt. Seine Hexareme ist aber auch gleich down und hier drüben gehe ich auch gleich rauf. Meine Angriffshexare hier drüben macht auch gleich weiter. Zack, Hemolie versenkt. Die Artillerie-Schiffe sind noch da, aber lustigerweise hat meine Pentheon relativ gut überlebt, bis auf dieses eine Schiff hier, was definitiv down gehen wird. Mein Jen hat das nächste jetzt versenkt. Auch hier drüben die Quadreme hilft, weil das dann auch geholfen wird, ihn endgültig Platz zu machen. Auch der Beschuss vor allem macht eine Menge aus. Durchschnittsmann, noch 140 Mann drauf. Der Jen ist jetzt versenkt und geht jetzt unter, wie wir hier sehen können. Die Hemolien helfen jetzt hier auch weiter. Zack, tut nun mal ordentlich weh bei der Quadreme jetzt hier, wie die ganzen Leute beschossen werden. Aber auch meine Diere leidet ordentlich hart, wie wir sehen können. Nochmal 28er Schaden, die Hemolie machen jetzt hier weiter und rasen dann drüben rein in die Dieren. Also Biereben sind es ja bei ihm. Meine schweren Schiffe machen hier weiter, eine Angriffsquadreme ist gerade noch mal gefallen. Diese Quadreme wird auch gleich sinken. Ich setze trotzdem meinen Schadstoff an, habe ich einfach nicht gesehen, das Problem. Naja, jetzt kommt hier der nächste Charge gleich rein. Hier drüben hat er halt gepennt, er hätte hier einfach rein müssen und das Schiff hier weg gewesen. Tatsache. Meine Hexareme geht jetzt hier nochmal schön rein, ins gegenseitige Schiff. 36er Feuerschaden, der Ansturm macht ein 51er Schaden einfach mal auf dieses Schiff. Das ist heftig, was so eine Hexareme drauf hat. Naja, das Schiff hier drüben, zack, fällt jetzt endgültig. Peng, weg ist es. Der Feuerschaden hat eine Menge ausgemacht. Meine Bogenschützen machen auch immer weiter hier. Und hier drüben brennen auch die Quinkeriemen bald alle, weil diese Turmschiffe doch noch ordentlich was ausmachen. Naja. Hier drüben ist der Kampf gleich gewonnen. Eine weitere Diäre ist von mir gefallen. Die Hexe hier drüben ist jetzt auch endlich weg. Und jetzt kann ich die Hände zum Support stecken. Und die Moral bricht zusammen. Warum? Armeeverluste. Und das ist schon ziemlich heftig. Zack. Das bricht gleich alles zusammen. Also es fehlt nicht mehr, wenn die alle weg sind. Hier drüben fliegt immer wieder Turmpentere. Und jetzt fehlt auf einmal alles gleichzeitig. Hier drüben ist noch eine Quadreme, die zwar weiter kämpfen will anscheinend, aber irgendwie... Der Beschuss macht es wahrscheinlich noch aus hier. Und weg ist er. Also die Armeeverluste haben es am Ende noch ausgemacht. Ziemlich heftig, was ich da alles noch innerhalb von kürzer Zeit geholt habe. So. Also das Battle ging so unheimlich schnell. Deswegen haben die Armeeverluste so einen großen Impact gehabt. Insgesamt habe ich zwei Schiffe verloren. Eine Diäre und eine Tetriäre, wo ich eigentlich ganz zufrieden bin. Und ein Schiff ist von mir geflohen. Das war die Pentere jetzt hier zum Schluss noch, die wir gesehen haben. Aber trotzdem bin ich in alles im Heim eigentlich zufrieden. Die Hexeren haben verdammt viel ausgemacht, würde ich sagen. Also wirklich verdammt viel. Und ich kann es euch auch nur wärmstens empfehlen, auch mal mit denen zu spielen. Die zu testen und zu tricksen. Ein bisschen damit auf jeden Fall empfehlenswert. Mit den Quinkeriemen, den Artidre-Quinkeriemen, hätte Themistocles noch mehr das Ram suchen sollen. Hätte mehr geholfen, weil es hätte definitiv ein paar Schiffe von mir noch zerstören können. Hat er nicht getan. Man denkt halt auch nicht immer dran, weil so ein Spiel ist halt nutzt. Die ganze Seeschlacht war jetzt nur 2 Minuten 30 lang. 2 Minuten 30, ja. Da kann man so viel verpassen. Das ist, äh, also, wenn Online-Battles der Standard sind mit 5 bis 10 Minuten, dann ist das hier eine Königsdisziplin, weil das so flott ist. Im wahrsten Sinne des Wortes ist die Flotte flott. Ha, 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 ha. Aber gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt auch mal in die Kommentare rein. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir helfen würdet, die 6000 Abos zu knacken. Es ist nicht mehr weit. Jede Hilfe ist erwünscht. Ich freue mich tierisch drüber. Es kann sogar sein, wenn dieses Video hier online ist, ist es schon durch. Ja, dann entschuldigt mich. Aber ihr könnt mich trotzdem unterstützen, wenn ihr wollt, ja. Und Like wäre auf jeden Fall geil. Und wenn ihr Bock habt mitzuzocken, Discord-Link ist in der Beschreibung oder zumindest im Kanal. Könnt ihr reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Nome 2 Toto Online Battle morgen um 18 Uhr. In diesem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal.